Wir bräuchten halt mal wieder ein bisschen Dreck und dann können wir halt eine Farm aufbauen. Jo. Also einen Dreck habe ich hier. Ich baue mal ein Farmgelände oder so. Naja, Farbiges Stein. Hm. Obwohl. 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 Babande G maritime. Obwohl. Obwohl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir gehen niemals ins Land. Neben den Kobbelgen. Jo, warum nicht? Oh, ich hab verdammt viel Hunger. Silkworm! Yay! Lecker! Richtig geil! Ja. Moment, da kriegt man ja nur ein Flint raus. Mhm. Ja, gar nix. Ja, mit einem Flint kannst du deine Haki normalerweise um die Hälfte reparieren. Oder um ein Drittel. Ah. Aus vier Gravel würde ich auch eigentlich vier Flint rausbekommen, wenn ich's abbaue. Ja, ist halt ein bisschen Verlust. So. So, ja, andersrum ist es klar Verlust. Ja. Kann man bauen eben nicht. Ja. 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 Ja, das wäre ja geil. Gut, können wir uns ja bald machen. Haben ja genug Eisen. Ich guck mal, kann man das nicht auch direkt schon schmelzen? Das wäre ein Vorteil. Könnte man aber, das wäre verlustgebend. Weil in der Smeltery kriegst du ja alles doppelt. Und ansonsten nicht. Ne, man kriegst nur ein Smeltery, da sind das dann 72 Millibuckets. Ja, aber es ist doppelt. Du kannst das Broken Tin Ore zum Beispiel auch zu einem Tin Ore Gravel machen. Also mein Osmo, wenn aus 4 Crashed 1 Ore krieg ich 1 1 Ore Sand. Wo ich dann 1 Eisen rausbekomme. So. Und aus einem krieg ich dann 72. Ineinander in der Smeltery sind die schon gleich. Ja. Ja. Also dass es jetzt ein Broken Iron Ore 72 gibt. Aber wenn du jetzt nachguckst, was ein Iron, ganz normalen Iron Bar so gibt. Da brauchen wir auch Gold für. Wie brauchen wir Gold für? Gold oder Brass. Ja, war seine Form. Ja. So, und Aluminum Brass war irgendwie ganz unangenehm. Ja, Gold haben wir hier ja. Auch 3 Crashed Gold Ore. Und dann hier noch Broken Gold Ore. Ich krieg mal schon zusammen. Wie sieht's mit Dreck aus? Ah, da ist eins. Aluminium und Kupfer. So. Man rein theoretisch ginge das. Wir brauchen 2 Kupfer und recht viel Aluminium. Was wir nicht haben. Wie sieht's mit Gold aus? Was? Wir brauchen praktisch 288. Das heißt, wir brauchen 4 Crashed Gold. Ja, bei den Stäuben macht's wieder Sinn. Beim Pulverized Gold Ore und so weiter. Achso. Beim Pulverized Gold Ore ist genau wie beim Crushed Gold Ore kriegt man das draus. Das Melchie aber eben nur 72 statt 144. Na, ich fang schon mal an, ein bisschen zu pflanzen. Mhm. Was wollen wir denn als erstes machen? Ich schätz mal was zu essen war. Ja, wär schon schön. Vielleicht den Mais? Ja, wär ganz gut glaub ich. Weil der ist so mit am nervtesten. Nervtesten. Ah, da. Okay. Ja, ich nimm mir mal die Hälfte. Okay. Mal gucken, ob der hier wächst. Ja, tu da. Dann brauche ich nochmal Clay. Hat irgendwer noch irgendwas, oder? Mh, ich hätte Koppel. Ja, Koppel habe ich auch, danke. Ich dachte, ja, gut. Okay, habe ich 31 Koppel, passt. Ich fülle mal das Ding wieder auf. Ne, vielleicht razzieren würde ich es auch nicht hinschmeißen. Ein Crucible. Oh, wir haben ja sogar noch einen Hopper. Oh, ist das geil. Müssten doch eigentlich noch zwei haben. So, gleich Koppel die ganze Zeit reingestopft. Wow, die steht ja schon. Was ist Melchior? Ja, klar. Oh, oh, oh. Da ist ein wooden Stab. Ja, und? Soll das von mir aus verbrennen? Habe ich kein Problem mit. War eh nur zum Bauen. Wollen wir dann vielleicht die Ding, äh, die Crucible umstellen, wenn er leer ist? Können wir, ja. Äh, der ganze Crushed Kram, äh, war aus Sand, ne? Oder war der aus Gravel? Wie, nochmal. Diese Crushed Ores und so weiter. Waren die aus Sand oder waren die aus Gravel? Ja. Die Crushed, die waren aus Sand. Und die Broken waren aus Gravel. So, ja. Gut, es macht so essentiell eigentlich keinen Unterschied. Ich kann ja auch nur auf Gravel hier durchjagen. Blast den haben wir auch nicht ganz so. Ich glaube, da krieg ich noch relativ viel aus sogar. Also, ich hätte noch mal ein Lava Bucket. Kann man den hier irgendwie einfüllen? Äh, ja. In den Tank rein. Das Ding ganz links. Ich trau mich da aber jetzt nicht rechtsklick drauf zu machen. Mach du das. Cool. Warte. Warte. Das Ding hier mit dem CS Tank steht dran. Ja, ja. Ich will bloß schützen. Ah, okay. Es geht. Ja, ja. Ich will bloß schützen. Brauchst du mir etwa nicht? Oder wie? Ja, ne. Vielleicht... Weil das ist ja ein Bucket von... Äh, ein Bucket von einem fremden Mod. Ja, ja. Das wird schon. Wird schon. Das ist Forge. Forge. Ja. Broken Gold, so. Wollen wir das vierte hätten? Jetzt brauchen wir einen Ingot-Cast. Ja. Brauchen wir irgendeinen Ingot- Woah! Nein! Nicht meine Axt! Wo kriegen wir jetzt einen Ingot her? Aus irgendwas, was wir nicht... Wir brauchen vor allem viel von haben. Hm. Iron wäre ganz cool. Aber... Aber das passt gut. Da haben wir vier übrig. Ja, aber wie können wir da... Achso, ja, okay. Einfach durchschmelzen. Ah. Okay. Bye, man. Bye, man. Mal. Ja. Ja, okay. Nou. Man, ich will ne bessere Crook. 82. Was? Ich will ne bessere Crook. Die ist so langsam. Bone Crook. Oh, oh, meine! Nee. Haben wir viel Bound? Ach, die darf ich nicht nutzen, gell? Nee, darfst du nicht. Die brauchen wir noch. Nee, noch. Aber wir müssen Ingrid cast. Sehr cool. Das heißt, rein theoretisch können wir jetzt alles reinschmeißen, gleichzeitig sogar. Müssen halt aufpassen, dass wir da keine Legierungen rausbasteln. So, Kupfer. Ah, da wächst irgendwas. Eisen werde ich, also rein. So, also am nächsten brauchen wir wohl Eisen, hm? Äh, ja. Eisen brauchen wir ganz dringend für den Eisen. Einmal mit. Oh, das ist ganz viel. Relativ viel, ja. Haben wir noch Koppel, weil dann zerhau ich noch ein bisschen. Ich hab noch 23. Okay. Bist du. Da. Workbench. Okay. Die Workbench stört hier. Ich hab's aber nicht hingesetzt. Ähm. Da ist das Eisen durch, noch nicht. Ähm. Ach, ich pack die da rein. Ins Haus. Da haben wir doch schon die Crafting Station. Nee, ich mein hier rein. Guck. Da. Gut. Ja. Schaut doch geil aus. Der kommt da hin. Ja. Kein. Ja.